So, willkommen zurück bei einer neuen Indie-Game-Reihe, und zwar Projekt Sommboid. Projekt Sommboid ist, äh, ja, ein Indie-RPG-Survival oder ein Survival-RPG im klassischen Style. Das, äh, sehen wir gleich, wenn man das kennt ja vielleicht schon. Ihr habt wahrscheinlich schon bei, äh, YouTube mal geguckt, was Sommboid ist. Vielleicht hat es der ein oder andere mitgekriegt, ich weiß es nicht. Ähm, wir können hier in der aktuellsten Version, das müsste 025, müsste das sein eigentlich, ähm, können wir eine Berufung auswählen, Polizeibeamter, Feuerwehrmann, Sicherheitschef, hätte ich jetzt was gesagt, oder Wachmann, ein Bauarbeiter und ein Parkranger. Das heißt, wir kriegen dann hier immer Sachen, die wir dann benutzen können in der Welt. Das ist so ein, wie gesagt, das ist ein Sandbox-Modus. Ähm, man kommt auf eine Karte, die, ich weiß gar nicht, wie das in der Version 025 ist, ob die jetzt, ne, zufällig generiert wird die nicht. Das, äh, wird definitiv nicht zufällig generiert. Das ist, äh, das ist schon eine feste Karte, die auch irgendwie nachgebaut worden ist, glaube ich, wenn ich das im Forum richtig gelesen habe. Und, äh, ja, es ist im Prinzip wie DayZ, ne, es ist schon immer wieder ein Zombiespiel, ne. Oder Worsi, oder ZombiU, sucht euch was aus. Nur, dass man hier nicht in einer Ego-Perspektive spielt, sondern, wie man hier unschwer erkennen kann, ähm, von oben so ein bisschen runter. Ne, sag ich jetzt mal. Wir können hier die Türen aufmachen und aus einem mir nicht ersichtlichen Grund sind jetzt hier gerade ein bisschen Grafikfehler drin. Ich weiß nicht, ob das am Aufnahmeprogramm liegt. Wir haben ja auch nur irgendwie 20 Frames gerade. Äh, das lief vorhin ein bisschen besser. Und auch nicht so zuckelig, muss ich sagen. Wenn wir mit der linken Maustaste klicken, können wir hier, können wir hier Sachen aus den Schränken rausnehmen. Dann sind hier Nägel. Und, äh, und eine Schale und so weiter. Wir haben hier ein Haus gefunden, wo wir auch sogar schlafen könnten. Warum der jetzt um 14 Uhr, 14.10 Uhr hier so eine Nachtnummer macht, weiß ich allerdings nicht. Normalerweise, ja, und wieder hat es das Handy geschafft in die Aufnahme. Normalerweise, äh, hier ist sogar zwei Schlafzimmer, cool. Äh, normalerweise sieht man da mehr tagsüber. Oh, wir können hier sogar duschen und so weiter. Also in dem Spiel geht wohl einiges schon. Das ist noch in der Pre-Alpha. Das läuft so wie, mein Gott, drei Schlafzimmer hier. Über den, ah, das ist, hier ist aber ein cooles Haus, ey, hola, hola. Ähm, das läuft wie bei Minecraft. Während der Produktion kann man das Ganze schon spielen. Was haben wir hier? Das ist noch ein Badezimmer und hier ist irgendwie Wohnzimmer. Man konnte auch in den Versionen, ja, hier ist Wohnzimmer und Küche. Man konnte auch in den Versionen davor, oder in einer Version, da ist übrigens der Herd, den kann man auch anmachen. Ach, man kann das Fenster auf und zu machen. Ah, cool, okay. Das hat Fenster zu, Mensch. Kommen die Zombies rein? Die kommen nämlich wirklich über die, über die Dinger rein. Das ist voll krass. Ja. Ähm, konnte man... Da ist jetzt gerade was aufgeploppt. Er hat ein bisschen Hunger. Ähm, da konnte man... Ah, eine Taschenlampe, cool. Ungekochtes Instant-Popcorn haben wir gerade gefunden. Es gibt auch eine Wiki. Ah, Penkela, cool. Jawoll. Antidepressiva, ja, wenn sie ihm helfen. Was haben wir hier noch? Schon wieder Instant-Popcorn. Ein Handtuch. Ähm. Hier ist noch mehr zu futtern. Ah, schon, also hier ist es schon echt nicht so unübel, gerade in der Hütte. Äh, wir können hier rechts unser Inventar aufmachen. Äh, das ist erster Slot, zweiter Slot. Das Herz zeigt uns an, äh, ja, als Klassik halt, ne? Ähm, Schaden. Das Krasse ist, der kann sich überall verletzen. Also Hände, ich wurde schon mit der Hand gebissen vorhin, beim Testen. Und, äh, da sind, dann kann man hier noch Sachen anziehen. Ähm, craften kann man auch. Hier ist Crafting angesagt. Was die drei Ionen zu suchen haben, weiß ich noch nicht. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich habe auch erst gedacht, das wäre hier eine Online-Geschichte. Weil da auf einmal, naja, das hier ist, das hier ist unser Haus. Ähm, oder das Haus, was wir gefunden haben. Sagen wir es mal so, nicht unser Haus. Aber, oh, die Garagen können wir jetzt nicht so machen. Ähm, wir können natürlich auch weitergehen. Wir müssen nicht hier in dem Haus bleiben. Wir können auch ins nächste Haus gehen. Interessanterweise sind die alle auf. Ich würde aber ganz gerne mal, da kommt ein Zombie. Problem, wir haben keinen Hammer. Wir haben noch keine Waffe. Der rennt auch komischerweise durch den Zaun, habe ich gerade gesehen. Oh, sind bei jeder Menge Zombies am Start. Ist ja auch schon später. Oh, oh. Ich renne mal. Ja, man kann auch entdeckt werden und so weiter von den Zombies. Äh, ich hoffe, die haben uns jetzt nicht so entdeckt, dass wir hier in unserer Hütte, wo wir gestartet sind, nicht sicher sind. Das wäre blöd. Müssen wir mal eben gucken. Wir haben... Nein. Macht die Taschenlampe denn auch Licht? Oh ja, tatsächlich. Oh ja, die macht tatsächlich Licht. Cool. Ja, es gibt... Irgendwie auf dieser Karte gibt es Strom. Im... RPG-Modus, also im Story-Modus, gibt es keinen Strom. Und ich weiß nicht, was das hier mit den Grafikfehlern soll. Das kotzt mich voll an. Das war vorher nicht... Ohne Dextry war das kein Problem. Ah, doch. Hier gibt es doch Licht. Ich kann mal Licht anmachen. Ist ja geil. Das ist neu. Also das gibt es im Story-Modus, glaube ich, nicht. Oder ich habe es nicht gesehen. Wahrscheinlich sehen uns dann aber auch die Zombies, wenn wir Licht anmachen. Könnte ich mir vorstellen. Hier ist noch ein Handtuch. Mikrowelle ist aus. Wir könnten ja eigentlich mal gucken. Wir müssen auch übrigens gerade schlafen. Da oben, getting bored, heißt... Ne, irgendwie ist es langweilig. Was das soll, weiß ich nicht. Also, ganz ehrlich, mir würde nicht langweilig werden in einer Zombie-Apokalypse. Hä? Zack, Popcorn gemacht, tatsächlich. Cool, okay. Also... Hä? Wir haben doch gerade Popcorn gemacht. Ja, das ist irgendwie noch ein bisschen... Ja, es ist halt noch Alpha. Wie bei Minecraft, ne? Mal schön damit entschuldigen. Oh, Leute. Das ist jetzt aber kacke. Jetzt wird er müde. Hat er denn jetzt das... Burnt Instant Popcorn. Ach, der ist angebrannt. Aha. Toll. Was ist das? Hä? Aha, krass. Auch nicht schlecht. Er wird unzufrieden oder unglücklich, weil er keinen Kontakt mit anderen Leuten hat. Ja, wie gesagt, hier laufen auch NPCs rum. Das heißt, hier in der City rennen so ein paar People rum. Ähm. Die... Es gibt einen Supermarkt, habe ich schon gesehen. Original wie bei Desi, witzigerweise. Ah, hier sind sogar Klamotten drin. Cool. Ähm. Jetzt können wir aufschlafen gehen. Geht auch. Und, äh... Ja, der ist immer noch hungrig. Um sieben Uhr morgens ist er wieder hungrig. Hier sind andere Klamotten. Was haben wir hier noch? Ein Magazin. Socken. Super. Was haben wir hier? Ein Buch! Ey! Wir können ein Buch lesen. Yay! Super Idee. Ähm. Da konnten wir uns... Ne, Socken zieht er sich nicht an. Damit können wir aber bestimmt craften. Könnte ich mir vorstellen. Komischerweise... Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen geklickt und jetzt ist das Teil weg. Ja, das habe ich auch schon mal gehabt. Was haben wir hier? Thunfisch. Dafür brauchen wir aber einen Dosenöffner, glaube ich. Sonst kriegen wir das nicht auf. Dann müssen wir nochmal gucken. Zwischendurch läuft auch mal Musik hier. Die Musik ist eigentlich ganz gut geworden. Ah, hier sind ja noch mehr Klamotten. Tatsache. Ah, der hat aber Klamotten an eigentlich, ne? Aber eigentlich auch wieder nicht. Irgendwie komisch. Oh, jetzt hat er Schuhe an. Hey, hey, hey. Der hat aber schon Klamotten an irgendwie. Ja. Musik. Irgendwie konnte man die auch ausschalten und einschalten. Oh, hier ist ja echt gerade ein bisschen chillig. Auf jeden Fall. Ach, da ist das Popcorn, glaube ich. Ne, das ist... Ah, das ist ein... Das ist ein... Ne? Sagt schon. Tissue. Das ist... Das ist... Das ist... Ah, hier ist noch ein Fernsehessen. Lass doch mal die Scheiß... Immer die Finger an dem kacke Fenster da. Das war... Ne. Hallo, Mikrowelle. Na, so dreht der Typ sich. Ich dachte, so könnte man die Kamera drehen. Okay. Ah, jetzt habe ich es geschafft, die Mikrowelle auszuwählen. Mal wieder. Fertig. Plack. So. So. Aha. Jetzt mag er noch mehr. Very high chance of becoming unhappy. Ist ja schon unhappy. Extrem gelangweilt ist er. Ja. Was soll ich dazu sagen? Aha, okay. Das Buch muss man auch da reinpacken. Den Tun macht er so nicht auf. Den müssen wir wahrscheinlich wirklich erst aufmachen. Ähm. Hier haben wir noch Popcorn mal wieder. Klatsch. So. Ah, die Mikrowelle ist instant on. Anscheinend. Irgendwie. Man kann auch Barrikaden errichten. Das funktioniert auch. Ich weiß gar nicht mehr den Knopf für die Musik. BASD ist klar. Ähm. Ähm. Aha, auf G ändert sich irgendwas. Ach, ich glaube das ist die Grafikeinstellung. Mit G wird es dann ein bisschen schöner. Und naja, das ist ein bisschen einfacher hier die Grafik dann. Anscheinend. So ist es ein bisschen schicker. Ja, stimmt. Ach, mit Y kann man übrigens auf sich aufmerksam machen und so. Da kommen auch Zombies auf einen zu gerannt anscheinend. Und so. Hier Sachen. Ähm. Oh, wir merken uns hier das Haus. Das letzte Haus. Flitzen einfach mal eben rüber zum Nachbarn. Gucken, ob der hier Werkzeug hat. Sieht nicht so aus. Was war das? Also schön wäre es, wenn man die Kamera so ein bisschen drehen könnte, ne? Das wäre toll. Ich weiß nicht, das ging irgendwie. Ich müsste nachher nochmal gucken. Für die nächste Folge. Irgendwie ging das, glaube ich. Also da kann man den Typen drehen. Ich meine, man könnte auch die Kamera drehen. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Mit Leertaste geht das Inventar auf. Ne, hier ist auch nichts. Vielleicht hier draußen. Ne. Mal rüber gehen. Zum nächsten Nachbarn. Hier ist irgendwie gerade eine Wohngegend. Ich weiß gar nicht, ob man auch eine Möpfe finden kann und so weiter. Ist ja immer noch hungrig. Der ist immer noch hungrig. Sehr hungrig sogar. Oh, Steak. Das nehmen wir mit Apfel, Melone. Was zu trinken. Können wir mit Apfel, können wir mit Apfel, können wir bestimmt schon essen. Ja. Und die Melone können wir auch essen. So, Hunger gestillt. Perfekt. Hm. Okay. Ja, wie gesagt, irgendwie konnte man noch Musik anmachen. Und die Musik war, wie schon erwähnt, nicht so schlecht. Auf jeden Fall. So, hier ist wieder mal nichts. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja noch die Straße drauf. Irgendwie was anderes. Wobei das schon wieder kurz vor fünf ist. Das heißt, es wird gleich dunkel. Muss man mal gucken. Geht das hier runter in den Keller? Ja. Nee. Es sind amerikanische Häuser. Es sind nicht unterkellert. Nicht so wie bei uns. Ui. Wow. Das war nicht geplant. Alter. Der Typ hat sich auch erschrocken. Silently. Slightly. Panic. Versuch ruhig zu bleiben. Ja, so geht es mir auch gerade. Die Mülltonne ist leer. Schneebier hier rein. Alter, habe ich mich erschrocken, ey. Scheiße. Oh. Sind da... Hä? Das sind die NPCs, die ich erwähnte. Glaube ich. Hoffe ich. Benjamin Rodriguez. Oh. Ah ja, die reagieren auf jeden Fall auf mein Over here. Warum rennen die einfach in meine Hütte? Hallo? Das ist meine, so gleich eine eigene, ihr blöden NPCs. Naja, mein Kühlschrank war nämlich schon leer. Der hat mir sicher nach was zu futtern gesucht. Was ist das hier? Er ist müde. Na ja, gucken wir mal, dass wir schon mal wieder hochkommen. So ein Licht können wir definitiv hier ein- und ausschalten. Das ist ja echt hart. Können wir auch duschen oder so? Fließend Wasser in der Zombie-Apokalypse wäre ja hart. Ist schon, ist schon nicht schlecht gemacht, so. Finde ich. Jo, schlafen. Oh, mitten in der Nacht aufgewacht. Morgens um fünf. Oh weh. Hier ist Licht an hier vorne. Hier in der Hütte kein Licht, oder was? Doch. Aber man kann natürlich... So machen wir natürlich auch uns aufmerksam, ne? Würde ich vermuten. Ich weiß nicht, ob die da drauf reagieren. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ah ja, hier geht auch Licht an, definitiv. Hehe. Ja, nicht schlecht. Ja, die Zombies haben uns hier aber noch nicht bemerkt. Deshalb sind wir hier noch relativ sicher. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier diese drei Leute zu bedeuten haben. Die drei Gesichter. Ich werde da nochmal in der Wiki gucken. Vielleicht finde ich da ja noch was. Ich werde sowieso nochmal in der Wiki gucken. Ah, hier haben wir schon alles rausgenommen. Ähm, wir können auch... Hier, wer sich fragt wegen dem... Wieso guckt der nicht auf den Quest-Manager? Im Sandbox-Modus gibt es keine Quests. Ne? Das gibt es nur in der anderen Version. In der kleineren Version. In der Tech-Demo eigentlich. Ich weiß nicht, warum es hier diesen Story-Modus gar nicht gibt. Aber was mir aufgefallen ist, die Grafikfehler haben nachgelassen. Das finde ich schon mal sehr gut. Und wie gesagt, leider keine Musik irgendwie. Muss ich echt nochmal schauen, wie man die aktiviert. Hier ist eine leere Wasserflasche. Äh, jetzt ist er nur noch unhappy. Naja, gut. Wir könnten eigentlich nochmal eben rausgehen und gucken, ob wir... Jetzt wird es ja langsam hell. Vielleicht da noch irgendwie was finden. Außer Zombies. Nicht ganz so schnell. Der soll auch irgendwie... Schleichen. Habe ich gelesen in der Wiki. Hier ist keiner in der Nachbarschaft. Hier stehen auch keine Autos und so weiter. Also hier waren vorhin... Da waren sie... Da sind sie. Oh, du Scheiße. Die Nachbarn, die man sich nicht wünschen mag. Ich hoffe, man kommen hier irgendwie rum. Er hat schon wieder Hunger. Nee. Toll. Vielleicht hier. Ah, hier ist ein Supermarkt. Vielleicht sind wir hier ja, finde ich. Spiffos. Oder dann sieht man mehr aus wie so ein McDonalds-Verschnitt oder sowas. Vielleicht sind ja hier auch ganz viele Zombies drin. Nee. Leer. Hihi. Sehr geil. So, was haben wir denn hier überhaupt? Haben wir überhaupt irgendwas? Oh ja. Ein Feuerzeug. Papier. Kasse. Kein Geld drin. Auch kein Geld drin. Auch kein Geld drin. Was haben wir hier? Hier ist die Küche. Hier sind sich jetzt auch wieder Nahrungsmittel, ne? Bananen. Jawoll. So. Haben wir noch. Karotten. Eier. Noch mehr Steak. Noch mehr Äpfel. Noch ein Ei. Und hier. In so einer Großküche kann man nicht kochen. Oder was würdest du mir jetzt erzählen? Hä? Das Inventar ist übrigens extrem groß, finde ich. Dafür, dass er keinen Rucksack hat, ist das schon ganz schön groß. Muss ich sagen. Mal gucken, ob da sind Mülltonnen. Okay. Vielleicht finden wir ja eine Mülltonne und eine Waffe. Mal schauen. Hä? Was war das denn gerade? Achso. Ich glaube, das war das. Teil da. Mal eben hier eine Mülltonne gucken. Mal hier. Einen Stift. Den wollte ich immer schon mal haben. Ein Lollipop. Yay. Noch noch ein Stift. Hm. Jetzt fangen wir hier schon so langsam an auszusortieren. Ne. Soweit. Erstmal nichts mehr. Mal weiter in die Stadt reingehen. Mal gucken. Aus der Puste kommt er übrigens auch. Das ist ein Sommet. Das ist eine Tankstelle. Ach du Scheiße. Was denn denn alle? Batterie. Loll. Ach du Scheiße. Der hat aber ordentlich Zombies mitgebracht. Ach du Scheiße. Wo kommen die denn alle her? Hier wieder in die Stadt rein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. 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 Nicht hier in die Hütte rein. Oh. 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 Eee. Ja. Da ist übrigens besagte Musik. Oh. Wir sind aus der Puste. Scheiße. Oh. Oh. Supermarkt. Mit viel Glück. Sind hier nicht so viele Zombies drin wie beim letzten. Boah. Irgendwer hat hier eine Waffe gefunden. Ich bin es nicht. Ich weiß gar nicht. Das sind NPCs. Das sollen NPCs sein. Ähm. Lollipop. Wann scheiß. Der ist schon wieder müde. Tatsächlich. Können aber nicht hier im Supermarkt bleiben, du. Der ist schon wieder hungrig. Gibt es ja gar nicht. Hier. Wenn mal einer was zu hungern wird. Mal einer was. Boah. Wo ist denn der Typ? Wer schießt denn hier? Oh, die haben uns gesehen. Scheiße. Ey. Zombies. Oh mein Gott. Das geht hier auch übrigens nach Tagen und so weiter. Und Stunden. Vorhin habe ich einen Tag und drei Stunden überlebt. Scheiße. Zombie hat uns gesehen. Äh. Hier ist ein Supermarkt oder so. Ja. Da ist jede Menge Zeug drin. Ist ja eigentlich schon geil, ne? Komm. Zunitsche. Scheiß Tür zu, ey. Ui. Jackpot. Was haben wir denn hier alle? Wieder was zu... Ach. Jede Menge zu futtern, du ahnst es nicht. So. Kaffee. Lol. Zucker. Noch mehr Chips. Die Sounds, die die machen, sind es auch immer gleich, ne? Irgendwie. Ach du Scheiße. Wo kommen die denn alle her? Die greifen doch irgendwen an. Aber wir sind es nicht. Also die ent... Boah. Fuck. Achso. Die haben uns gesehen. Ist noch wieder ein Buch. Aber ich suche eine Waffe. Irgendein Hammer oder so, ey. Den gibt es nämlich auch. Ah, scheiße. Hier in der Stadt können wir gar nicht bleiben, ey. Oh, shit. Das ist kein gutes Zeichen. Alter. Äh. Da war unsere... Da war unsere Wohnung aber wesentlich... Wesentlich sicherer, muss ich sagen. Als diese Nummern hier, ey. Geht ja gar nicht. Boah. Ah, Küchenmesser. Küchenmesser. Tollen Teebeutel. What? Wir kaufen nix. Jetzt sind wir hier nämlich ein wenig bewaffnet schon mal. Na ja, irgendwie haben uns die Zombies doch gesehen. Ich gucke mal, ob ich nach oben komme. Ah lol. Hier sind sogar noch Sachen. Gürtel. Aha. Krass. Den kann man aber nur zum Craften benutzen. Irgendwie. Dieses... Das ist übrigens... Ah, wir können sogar skillen. Cool. Mehr oder weniger. Wenn es denn gehen würde. Nein, will ich nicht. Ah, wir können hier auch Fitness skillen. Okay, cool. Done. So. Boah. Mitten in der Nacht aufgewacht. Mehr oder weniger. Ja. Um 7.10. Ja. Ja, so ist das. Also das ist Projekt Somboid. Das wird hier noch weitergehen. Mal gucken. Wir spielen hier nur Survival Games in letzter Zeit. Don't Starve und so weiter. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn wir hier weiter versuchen zu überleben. Bis dahin.